was geht hier vor würde mich nicht wundern wenn ich hier auf eine Gruppe Touristen treffe hier ist alles möglich ja und ich helfe denen mal bevor die sterben boah ja laden noch länger noch ah ja ich glaube dafür dass ich eigentlich nie Shooter spiele schlage ich mich recht gut sonst mache ich mir gerade sonst mache ich mich hier gerade natürlich komplett zum Affen ok es muss einen anderen Weg geben die sehen wie Parasiten aus wenn ich sie zerstöre kann ich die Korallen benutzen um zur anderen Seite zu kommen ok wir müssen die Korallen befreien und dann können wir da lang hüpfen huch ah ja ich mag die auch die sind nett das sind meine Freunde soll ich gucken ob hier irgendwo da ist ein Schatz übrigens ein Amulett äh goldenes Amulett ohne spezielle Eigenschaften und das Rubin Amulett erweitert Wirkung schon schwerer Treffer ja ausgerüstet und ansonsten eine Seite oder so haben wir hier nicht ok ach schon wieder direkt eingefangen worden ach ja oh ja ich bin auch froh dass ich da nicht runtergefallen bin muss ich hier lang ne ich muss da wohl runter schon wieder so ein Teil und bam ey so diesmal kein Kommentarauflager alter kein Spruchauflager hm ok der Altar der Altar mal sehen was ich dieses mal bekomme ok erziele Tod drücke 1 setze vor dir stehende Feind in Brand und füge ihm für kurze Zeit Schaden zu ah wir können hier auswählen äh du landest einen schweren Treffer bei vor dir stehenden Feinden und dann ok ich nehm den mit in Brand setzen der gefällt mir doch ähm ok ok dann ist dann wohl unsere Attacke auf 1 ja komm bam 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 und wums alter komm schon yeah boah also die Effekte sind schon echt nice gemacht in dem Spiel das muss man einfach sagen wieso habe ich jetzt den Skill überhaupt gemacht ich bin ja hier nur zum Üben naja ich nehme mal die Ausrede ich habe mich verklickt die funktioniert immer bam boah yeah bam und 3 auf einmal oh jetzt habe ich mich sogar ehrlich verklickt kann ja nicht wahr sein so jetzt aber gleich 3 auf einmal ja komm hey 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 ich kann nicht machen jetzt schon muss ich dafür irgendwie gerade im Kampf sein oder so echt mal ah ah ok die scheinen doch ein bisschen Abklingzeit zu haben was ist denn das da oben unter unserem Leben für eine Anzeige die hat bestimmt was damit zu tun hm ah sobald der erste hm der lädt sich im Kampf auf und wenn eins von den Teilen voll ist dann können wir auch eine Attacke machen ok weil jetzt könnte ich ja jetzt könnte ich wieder eine und jetzt könnte ich gerade wohl wieder gar keine machen ok hab's verstanden ich weiß da mittlerweile dass ich zu fliegenden Feinden fliegen kann ma schon wieder die hässlichen boah wieso geht denn der da rechts nicht tot ah hey ich visiere den doch an ok wo ist denn hier noch eine Achter oh 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 ok dann löst dich mal auf wat der ist doch weg gewesen willst du mich verarschen boah wie nervig die sind sooo jetzt ist er aber weg da hab ich mich auch nicht verguckt da ist doch wohl nicht noch einer oder alter zwei sogar noch verarsche oder so boah kann ich mich hier eben kurz aufladen oder so sagst du die sind schon wieder gespawnt die waren da doch gerade eben nicht die waren da am Anfang schon mal ich geh jetzt hier versteckt dran ey lass dir halt noch mehr Zeit beim nachladen ah wir sind wieder volles Leben ja gesagt wir haben wieder volles Leben ok jetzt schnell spawnt halt noch schneller ok der ist weg und jetzt ist hier noch über uns einer geh einfach so schnell weg wie möglich boah hör auf nachzuladen schnell dadurch dann halt noch nicht jetzt aber alter spawnt halt noch schneller nach willst du mich verarschen hä oder kann ich auch zu diesen Viechern fliegen ach ach so ähm hammer nice das wusste ich nicht dass das geht jetzt ist es hier frei ach so ok wir mussten halt einmal diese Attacke setzen als kleines Tutorial auch keine Ahnung hahaha bist du hier um durch das Portal zu treten das kommt drauf an wo es mich hinführt der Weg hat keine klaren Grenzen nur die Portale weisen die Richtung dieses Portal ist die einzige Option für dich ich verstehe das nicht hat das irgendwas mit dem Schatz im Drachentempel zu tun der Weg ist der wahre Schatz von Dragonland und er endet am Drachentempel dort wirst du zu dir und zu wahrer Macht finden mach dich bereit denn es ist Zeit mit der Aufgabe zu beginnen du bist auf einen neuen Feind getroffen ja das habe ich gemerkt wow 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 hör auf mich abzuschießen wie kann ich den denn töten die Kamera ist gerade ziemlich weit oben kann ich den einfach angreifen hier so Alter der hoho was das wohl ist? oh ne also schon wieder das Ganze ah gut wir können es überspringen ja hau mich einfach mit einem Hit weg am besten ha 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 echt lustig was das wohl ist? ich habe keine Ahnung ich glaube den Spruch werden wir noch mal echt öfter zu hören bekommen der kriegt gar kein Damage wieso gebe ich dem denn kein DMG? kann ich mich hier irgendwo verstecken kurz? da ist was da ist ein Schalter oder so muss ich die beide einmal schaffen zu aktivieren ich kann dem anscheinend kein Damage machen so ich lock den mal eben bis hier komm mal so weit wie möglich zum Rand der Karte genau bis hier so ja komm mal hier hin komm mal hier hin und jetzt muss ich aber mit Karacho dahin nein du kriegst mich nicht ah ich hatte es fast fast hatte ich es was das wohl ist? huch ich glaube da oben stand gerade wir haben noch drei Leben und so vielleicht sind wir dann Game Over ich weiß nicht die drei Kreuze da oben waren gerade noch grün jetzt nicht mehr das wird nichts Gutes heißen oh naja das Buch ist jetzt gerade echt mal Nebensache boah ist doch nicht dein Ernst komm 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 yeah nein bin ich echt ganz kurz davor wieder runter gegangen komm 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 ey das stand aber jetzt ne du willst mich doch verarschen was das wohl ist? keine Ahnung was diese drei Kreuze da oben bedeuten okay da sind wir ja schon direkt beim ersten Bossfighter das ging ja recht schnell boah ich glaube das ist mal ganz kurz bevor der eine rastet was das wohl ist? was das wohl ist? den Satz kann ich glaube ich bald nicht mehr hören ich glaube nicht dass das hier der letzte Versuch ist das hier ... es ist ... okay ...